also das sind zwei lippen zu sehen da wo ich jetzt hingefahren bin offiziell oder bei night city scheinbar das e vierte da gehe ich jetzt mal hin jetzt das ist jetzt originalmusik was man dazu auch mal sagen könnte ich höre dazu aber gerne mein radio punk rockers im hintergrund so schauen wir uns das mal jig jig street tja es gibt da auch was zu essen scheinbar ich gehe erstmal zu den lippen hin und mal sehen was sie da wollen mal gucken was das so ist amsterdam und hamburg war ich ja schon mal aber nur durchgegangen das ist dieser nein auch im spiel so bin ich nicht ich gehe lieber ja hier gleich auf der stelle mal fragen was los ist gehen wir irgendwo hin dafür oder ist das eher so eine gassensache schau mal klar ich habe gerade nichts vor ja was denn Wo ist die Tussi? Toll! Dann, Entschuldi, die hat mich da gerade abgezockt. Da ist Johnny, da können wir was essen. Ich kann das noch nicht mehr in den Karten nehmen. Ich kann das jetzt nicht mehr in den Karten nehmen. Es geht nicht mehr in den Karten nehmen. Ich habe gerade zu tun. Das sehe ich. Ja toll. Also bei dem Erosviertel, ne, wir hätten sich mal ein bisschen mehr was ausdecken können, glaube ich. Im Hinterwunsch meine Radiomusik. Hier sitzen sie in Spielen. Automaten. Keine Gangs, die man mal schnell erledigen könnte. Gerade mal eben meine Handfeuerwaffe aufgestoppt. Johnny sitzt da immer noch. Was ist das? Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja. Das sieht so ein Argenmitglied aus, wenn er so einen gelben Punkt oben drauf hat. Bist du hier geboren? Ich komme aus dem Wein, aber das ist kein Fake. Du hast das Ficken bezahlt. Komm, komm, ich zahle extra. Hib dir den Appetit zu deiner Frau auf. Ich bin ein Norbert, ich bin ich. Jetzt wird einen Kuss und sieben mit dem Gutes drin. Aber ich mache keine ersten Frisch. Ich habe einen Lieblings-Fahrer. Ich bin die Runde mir, ich bin die Funke des Runde. Ich habe den Runde eingeblut, wenn er wieder auf der Sprecher geht. Ich bin in Runde und die Runde er purity und die Runde zusammengert. Ich wäre dann in der Runde die Runde. Ich bin auch für ein Klänge des Runde. Ich bin ein Aufmerksamkeit und da. Ich bin mit einem Erbot, dass man als aufmerksam ist. Nix besonders, keine Aufgaben und tschüss.